Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Daisy Breaking Point. Wir sind wieder unterwegs auf der Map-Büste-Regard. Bei mir ist der Dalu-Kart. Hallo. Der McManious. Hi Leute. Und der Sachsen-Let's Player. Hallöchen. Und wir haben auch schon zig Kontakt zu einem Feind gehabt. Die Frage ist, ob der jetzt vor uns abhaut oder? Ich renne jetzt rein in die Stadt. Also in der Stadt ist auf jeden Fall viel los. Das steht schon mal fest. Ja, da ist auf jeden Fall noch jemand, weil die Zombies sind nur irgendwie alle aggro unterwegs hier unten. Das habe ich nämlich gerade schon gesehen. Wow. Na ja, passt du lieber auf. Ich versuche jetzt die Freie noch zu finden. Ich bin irgendwo an so einen anderen Cup wieder mal gespawnt. In der Loot-Kiste gab es Tote. Ah, scheiße. Sollte wahrscheinlich nicht alle drei gleichzeitig hinrennen. Wäre wahrscheinlich besser. Ja, ich habe nur neben vier eine kaputte. Also ich sollte eh Nahkampf. Okay, dann werde ich mich hier oben positionieren und weiter äh schnippern. Ja, genau. Du kannst es ja ein bisschen. Der Typ, also der wurde gelootet. Ja, das war bestimmt der Typ, der gerade hier auch rauswärts gelaufen ist. Na, stirbt doch mal. Lass mich mal kurz nochmal in die Richtung gucken. Haben auch nichts übergelassen. Ist komplett leer. Ah, der hat sich ausgelockt, der Typ. Die Zombies sind alle gleichzeitig verschwunden. War der, war oben in der Halle Loot? In der Halle? Äh, ich bin mir nicht sicher. Aber normalerweise kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen, wo die ganzen Loots-Borns hier sind. Du siehst uns ja, Nancy, oder? Äh, da ist ein Spieler. Da ist ein Spieler. Wo? Da ist ein Spieler, unbekannterweise. Ähm, der kommt jetzt zu euch in die Stadt gelaufen. Von welcher Richtung? Aus Lagerhalle. Hinter euch, hinter euch. Direkt hinter euch. Wir gucken beide in eine andere Richtung. Die Richtung ist Süden. Ja, ich sehe ihn. Da ist gerade am Loot, wo du gerade warst. Am Auto-Loot. Da, wo die Kisten sind, ja? Genau, genau die Kisten. Ja, gut. Lass ihn einfach noch weiter looten. Nein, nein, lass ihn eine Kiste looten, die wir sehen. Da kommt ja auf der anderen Seite McManious, da kommt hinter dir raus. Bei dem Haus. Da steht vor mir. Das heißt, er looted nicht mehr. Das heißt, er looted nicht mehr. Ja, da looted nicht mehr. Nee, da steht vor mir und dann hat irgendwas auf mich geschmissen. Jetzt haut er ab. Haut ab. Ich renne hinterher. Wer schießt? Da? Er ist, ich habe geschaut. Er ist in dem Haus drin. Verbindet. Ich weiß nicht, ob er hat nur Hits bekommen. Er ist in dem Haus noch drin. Nein, nein. Er steht vor mir. Kann ich auf den Schießen? Er rennt hinten raus zum Haus. Ja, ich habe keine Ruhe. Komm, hast du noch ein Gewehr? Nein. Jetzt ist er hier nebenan in dem Haus. Ist im Inventar. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ah, er ist noch nicht tot. Lass mich vorbei. Ich laufe jetzt von ihm vorbei. Ich mache nichts. Er blutet eh. Er blutet eh. Werd geschossen. Ich? Ich habe ihn schon gesehen. Der ist draußen. Der ist draußen. Ohne Ziel muss ich gar nicht erschießen. Kannste vergessen. Er muss aber schon getroffen sein. Ich glaube, dem geht es nicht so gut. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall getroffen. Jetzt kille ich ihn mit der Axt. Jawoll. Der hat mich als Geisel genommen. Das geht ja einfach so. Was? Ja, du kannst einfach an den ranrennen mit Klebeband. Einfach an Nahkampf. Er hat seine Axt gezogen. Scheiße, was ist hier los? Das kann doch nicht sein, dass du ihn da nicht triffst. Wieso hast du mich denn? Der ist losgebunden. Boah. Da hat dich ernsthaft als Geisel genommen mit der Axt. Ja, du kannst. Na, du kannst einfach an einen ranrennen und Leertaste hämmern, wenn du ein Klebeband im Inventar hast. Und da gibt es ja keine Animationen für. Ach so. Okay. Irgendwas ist gerade passiert. Mick. Komm mal mit. Komm mal mit hier raus. Wir müssen hier weg. Ja, hier sind tausend Zombies. Ja, ich schieße, äh, ich höre auch irgendwie Schüsse. Lass uns mal in Richtung Metallhalle. Komm mal Richtung Norden. Ja, warte mal. Ich muss erst mal ein paar zu ein bisschen abschlachten. Da, du hast ja irgendwas dabei. Zwei gute Waffen, Munition, Essen, Trinken, alles. Also ich war fertig. Hätte ich nicht mehr spielen müssen. Ja, aber ich vermute mal, dass du jetzt wahrscheinlich ganz relativ schnell jetzt wieder eine scheiß Waffe findest. So eine Waffe, ja. Dann hol mal Essen und Trinken raus. Ich bin tot. Und dann, wieso? Ja, keine Ahnung, verblutet, was weiß ich. Ob du erschossen wurdest oder verblutet bist, das musst du ja wissen. Mann, ey. Ich hab den bestimmt viermal mit der Axt getroffen. Naja, ich hab den auch zweimal angeschossen. Und du hast den zweimal angeschossen. Ja, ja, also ich hab auf jeden Fall zweimal im Nahkampf getroffen. Und wer weiß, wie oft auf Range. Aber die M4... Aber du bist bei mir noch ne Gruppe, kurioserweise. Nur kurz, das ändert sich gleich. Ach so. Also du musst jetzt gucken, wo die Leute sind. Geil, 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 seid ihr weg. Ja, dann guck schnell. Irgendwas schießt, keine Ahnung. So ein Fack, ey. Bleib einfach auf dem Berg liegen und guck auf den Lutz-Born. Ja, ich muss jetzt einen riesengroßen Kreis gehen. Ich hab geschossen von dort und oben, wo der Typ da in der... Loll. Einen Vorteil hat es, ich bin jetzt nicht mehr Ranger. Das heißt, ich krieg keine Minuspunkte mehr. Also irgendeine Energie ist hier unten in der Stadt auf jeden Fall. Ich muss jetzt mal... Ey, ich hab ihn gehört. Ich bewege mich da gerade mal drauf. Okay. Ich drehe jetzt bloß mal... Ich muss ja meine Position ändern, weil die Zombies haben mich alle gespottet. Ja, hier sagst du, du hast ja gerade... Du bist gerade nicht im Kampf oder so, ne? Nö. Kannst du mir sagen, wo Wax-Opka ist? Kann ich dir gleich sagen. Aber du bist ja gerade am Laufen. Er läuft ja gerade nicht... Ja, ja, ich geh jetzt in die Tanne rein, dann kann ich dir das sagen. Ah, hat Upske. Es liest sich so, ne? Wie, also... Und möglich ist auch, also entweder Wax-Opka, No-Ha, No-Naha oder A-On-Ha. Wax-Opka ist, ähm... Ja, da war ich letztens auch. Von da hin bin ich, von dort bin ich, glaube ich, auch zu der Stadt gelaufen. Dann noch A-On-Ha oder No-Naha. Ja, super. Ich glaube, ich bin hier mitten am Rand gespawnt irgendwo. Hier ist nichts, gar nichts. Ich bin immer nach No-Naha. Du hast eine Karte, Randy? Ich habe eine Karte gefunden, ja. Nice. Du hast als Nomad gespawnt. Nö, nö, ich bin Hander. Ja, Nomad bringt dir irgendwie nichts, weil ich bin jetzt als Nomad gespawnt und habe auch wieder keine Karte. Es kann sein, dass du die nur so und so oft bekommst in kurzer Zeit oder sowas, weil sonst könntest du ja spawnen, Karte droppen. Spawn, Karte droppen. Ja, aber es ist ja nun das erste Mal hier, dass ich als Nomad... Ja, ich meine, dass das vielleicht so an den Hive gebunden ist oder an den Account oder sonstiges, weißt du was ich meine? Das kann sein, ja. Dass du dann aber fünfmal eine Karte bekommst als Nomad. Also ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich glaube, das soll ein See sein. Wichtig ist, erst mal eine Stadt finden, Karte suchen. Ja. Was soll denn das sein? Ah, doch, Wasser. Und ich werde jetzt auch immer Tape mithaben. Also das ist so OP. Wollt ihr hierher kommen in die Stadt oder wollen wir uns an einer größeren Stadt treffen? Wir wissen nicht, wo wir sind und man spawnt nicht im Süden. So, jetzt gucken wir mal. Da hinsicht er denn hier ist wahrscheinlich Randy. Ich bin hier unten bei den grünen Hauses, irgendwo da hinten. Okay, dann komme ich jetzt... Okay, dann... Ein Kilometer kann doch nicht so weit sein. Das Leben an der Sache ist bloß da, dass die Städte auf der Karte keinen Namen haben. Hm, das habe ich mir nämlich auch gerade schon gedacht. Achso, ich gucke... Ach, Ingame-Map, klar. Nee, manchmal mache ich immer eine zweite Map auf dem zweiten Monitor auf. Oh, so. Ja, da steht das auch immer. Es gibt ja diese richtig geilen Maps, wo du fast wie Google Street View ranzoomen kannst. Gibt es die von der Büstrika? Ich habe jetzt mittlerweile auch durch die Kommentare, habe ich mir erst mal überlegt, Wenn ihr die Karte aufmacht, das ist Elektro, Czerno und der Norden. Das ist rangezoomt auf Extremis. Unten sind Elektro und Czerno, die beiden Städte. Hm. Okay. Das ist nur ein Teil, sozusagen. Das sind alles bekannte Städte. Ich glaube, Starry müsste noch mit drauf sein. Du kannst mich schreiten, wenn du möchtest, aber ich habe nichts. Das ist kein Problem. Stopp, 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 aus Richtung, warte, ich kann nicht sagen, aus Richtung Süden, oben auf den Berg, kommen zwei Leute, runterwärts in die Stadt gelaufen. Ich bin nicht jetzt. Da, wo der Wald ist, oder da, wo die offene Fläche ist. Die offene Fläche. Von dort aus. Ja. Die sind schon auf der offene Fläche. Ja, ich bin rechts bei der Lage, also ich bin links von der Lagerhalle auf der anderen Straßenseite, aber die Lagerhalle ist von mir aus gesehen recht. Okay, ich bin von der Lagerhalle, ich muss erst mal schnell eine Posi finden. Eine Posi, hallo. Nicht eine Posi, sondern eine Posi. Das Problem ist halt wirklich der... So, der eine Typ kommt direkt auf den Lootsborn zu. Und der andere hat sich wahrscheinlich oben positioniert, vermute ich mal ganz stark, weil die Zombies sind jetzt aggro auf einen Busch. Oder auf einer Tanne. Ich bin mir noch nicht so sicher. Agro-Busch. Die sind aggro-Busch. Also ganz unwichtig kann die Stadt, in der ich bin, gar nicht sein. Hier ist ja die Hölle los. Wie hieß die nochmal? Wachs, 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 irgendwas. Und dann nachher oder so. Na-na-na-ha. Wachsi-Fachsi. Ja, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Du da. Oh, Straussi. Das ist Trau-Wir. Was? Das Trau-Wir. Wer trinkt hier was ohne Milch? Was ist da los? Die Leute hier. Das ist ein Nasta-Rau-Wir. Aber ich habe jetzt einen Tennisball und den werfen wir jetzt an den Kopf. Das ist eine sehr gute Idee zur Selbstverteidigung. Junge, Alter. Er hat ja nichts. Töte ihn mit dem Tennisball. Also rechts von mir Hörschüsse. Okay, hast du jetzt eine Waffe in der Hand? Ich habe eine Waffe in der Hand. Eine MP7, ja. Ja, läufst du jetzt direkt durch die Stadt? Nein, ich bin am Haus und bin der, der hier zu Schneefrieder-Everzug. Aber das Schlimme ist, Dalu, ich spawne ja nicht mal mit irgendwelchen Pillen oder Verbänden, was ja eigentlich auch standardmäßig dabei ist. Lass uns mal in den Nordosten treffen. Wow. Versuch da einfach mal in den Nordosten hoch und Berg hoch zu laufen. Ich bin jetzt bei dieser scheiß Lagerhalle. Don't shoot me, please, don't shoot me. Okay, dann lauf von der Lagerhalle aus einfach mal nördlich. German? Ich muss einfach sagen, shoot me if you want, I don't have anything. Das ist immer am besten. German? Okay, das warst nicht du, hoffentlich. Hallo? Wer der jetzt geschossen hat, äh, doch. Ist du tot? Äh, nee. Aber der ist tot. Der ist tot, richtig. Ja, der hast du richtig gemacht, wahrscheinlich. Oh, die stehen jetzt zu zweit, ja. Problem ist dabei, der hatte nur noch einen alten Makarov dabei. Leck mich am Arsch, alter. Oh, der ist noch einer. Oh, jetzt haben die sich gegenseitig auf die Fratze. Äh, ich weiß nicht, ob wer im Dings drinne ist. Ich bin im, in dem Busch oben auf dem Berg, also solange du mich nicht siehst, ist das okay. Äh, passt schon, ich brauch bloß grad. Warum hat dir niemand Magazine für den Scheiß dabei? Ist das, äh, das ist 9mm, oder? Ja, warum? 9mm-Magazin. Leuch! Neben mir hat jemand geschossen. Bin tot. Ich hab' ja gerade einen echt crazy Freierkampf. Ich bin am Arsch. Ich hab' nen Arsch. Don't shoot me. Äh, fuck you. Jetzt bin ich auch tot. Boah, was ein Battle. Aber ich hab' ihn... Ich weiß nicht, ob der Typ, den ich noch... Hat er zweimal geschossen? Ob er in E27, der war, den ich abgebracht hab. Also hier ist echt die Hölle los, ja. Komm, von jeder Richtung Schüsse und jetzt schon wieder. Oh Mann, schon wieder zweimal verreckt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber... Traurige Musik immer. Ach, Renny und Nancy, ihr haltet euch gut. Liegen auch nur in Tannen, die stellen sich ja nicht mal in den Kampf. Nö, ich bin ja tot. Das stimmt ja. Ich such' gerade den Typen da gerade geschossen. Nancy schnippert nur. Ich find' das Equipment immer am lustigsten, weil du siehst halt immer an den Kisten Leute und dann wird mit der Axt gebettelt. Ja. Ich bin jetzt wieder von der Stadt aus, ganz im Osten, in der Straße gespawnt, wo ich vor uns auch war. Deswegen hab ich's gar nicht mehr so weit. Ja, das war scheiße. Ich hatte jetzt nimmer Karow, keine Magazine, hatte in der AK keine Magazine. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt wieder? Ein Wildernis. Erstmal jetzt bergab laufen. Bergab ist immer besser. Ah, zumindest Bandagen. Ich weiß ja nicht, was du wegen Ranger, wegen Dings, Nomad für Probleme hast. Ich spawn' immer mit ner Karte, also. Ja, ich kann ja aber auch nix dafür, wenn ich auf Nomad klicke und ich hab nix. Hm. Soll ich ja keine Karte? Vielleicht, ich hab auch vielleicht ne Idee, warst du vorher Ranger mal? Hast du mal mit uns als Ranger gesprochen? Also Ranger war ich meines Erachtens noch nie. Weil ich hätte jetzt noch eh ne Theorie, die ich mir vorstellen könnte, weil du bekommst ja XP fürs Töten. Also wenn du Hunter bist und du tötest, irgendwen kriegst du ja Punkte. Ja. Wenn du Ranger bist und du tötest andere Ranger, bekommst du ja Minuspunkte. Ja. So dass es ist, dass wenn du Minuspunkte hast, du einfach diese Spawn-Benefits nicht mehr bekommst. Dass du irgendwie Nachteil hast. Die Frage ist, wo sind die Punkte einsehbar? Sind die Punkte irgendwo einsehbar, ob du Minus- oder Pluspunkte hast? Ja, bestimmt sehen halt nur die da. Das ist so ein internes System, denke ich. Ach so. Ich hab ja auch vier Leute als Ranger erschossen. Ah, okay. Okay, hier bin ich wieder geballert. Ich bin eh noch. Hat ein, war das ein einziger Schuss? Ja, jetzt noch einer. Ja, genau. Okay, dann bist du bei mir in der Nähe. Und noch einer. Okay. Ich bin jetzt. Nein, aber. Ja, ja, da weiß ich. Du bist hier bei der Stadt. Ich bin in unserer Stadt, ja. Ja, ich versuch gerade nicht die Krippen zu näher. Und jetzt ballert noch einer mit einer Plastikpistole auf dem mit dem Großkaliber. Piu, 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 hörst du das? Piu, 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 piu. Peng, peng, piu, piu. Aber anscheinend hat er einen gekillt. Ist doch der ein großes Kaliber. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich höre auf jeden Fall Schüsse und bin bei einer Stadt gespawnt. Oh Gott, hier ist einer tot, Leute. Er ist tot. Wurde umgebracht. Ich glaube, ich bin bei euch bei der Stadt gespawnt. Ach, ich bin natürlich gespawnt. Oh, hier ist du gut. Bei mir leider nichts neues Loot. Alter Shit ist hier drin. Ich bin...